Du möchtest mal hinter die Kulissen von TechTracks HD schauen oder keinen Livestream mehr verpassen? Dann solltest du dir mal meinen zweiten Kanal TechTracks HD Live genauer anschauen. Dort veröffentliche ich Videos, welche einen kleinen Einblick in meine YouTube-Arbeit verschaffen oder ich streame dort in regelmäßigen Abständen live. Den Link zu meinem zweiten Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Die Evolution der OLED-Fernseher So oder so etwa bewirbt AG den neuen AG G1 Evo OLED-Fernseher, welcher mit seinem OLED-Panel 2.0 mit deutlichen Verbesserungen gegenüber dem AG C1 und den Vorgänger-Generationen aufwarten soll. Nur stimmt das denn? Ist der AG G1 die Evolution der OLED-Fernseher oder vielleicht sogar die Revolution? In diesem Video gehen wir der Sache auf den Grund und schauen, wie viel Evolution in dem G1 wirklich steckt. Ja und damit grüße ich euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Review-Video. Wie der sehr große Teil meiner Videos ist auch dieses Video hier komplett selbst finanziert und daher habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet und einen kleinen oder großen Kommentar hinterlasst. Es ist absolut kostenlos und unterstützt meinen Kanal ungeahnt, sodass auch in Zukunft solche Videos wie dieses hier realisiert werden können. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. In den letzten Wochen habe ich den G1 in allen möglichen Facetten getestet. Für mich war unter anderem besonders wichtig herauszufinden, inwieweit die Kritikpunkte, welche ich am AG C1 auszusetzen hatte, auch für den G1 zutreffen und ob er mit dem Referenzfall, verdächtigen Sony A90J mithalten kann. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr lehnt euch nun wieder zurück und ich lege los. Starten wir mit den technischen Daten. Der TV ist erhältlich in 55, 65 und 77 Zoll. Jeweils mit einem Ultra HD OLED-Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von 120Hz in Ultra HD bietet. Größen wie 48 oder 83 Zoll stehen dabei nicht zur Verfügung. Garniert wird das Ganze mit vier HDMI 2.1-Anschlüssen, um die hohe Auflösung mit 120Hz auch einspeisen zu können. Die 120Hz werden abgerundet durch eine G-Sync, FreeSync Premium sowie VRR-Unterstützung. Prozessor-seitig verbeutet AG den Alpha 9 AI Prozessor der vierten Generation, welcher erneut Verbesserungen in der Upscaler-Technik erfahren haben soll. Darüber hinaus bietet der G1 Dolby Vision IQ HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist auch bei dem G1 wiedererwartend nicht von der Partie. Software-seitig kommt selbstverständlich AGs WebOS in der neuen Version 6.0 zum Einsatz, welches ein komplettes Facelifting erfahren hat und jetzt deutlich aufgeräumter wirkt als zuvor. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Der AG G1 gehört zu AGs Gallery Serie und kommt dementsprechend nicht mit einem Standfuß daher, da er komplett auf eine Wandmontage setzt. Aufgrund dieser Eigenschaft ist der Fernseher an der Rückseite komplett Metall verstärkt, was ihn auf den ersten Blick deutlich dicker erscheinen lässt als zum Beispiel den AG C1. Diese dicke fällt aber beim zweiten Blick weitaus weniger ins Gewicht, wenn auffällt, wie viel mehr Wertigkeit das Metallgehäuse dem G1 verleiht als das Kunststoff-Case des C1 OLEDs. Die restliche Verarbeitungsqualität ist nahezu anstandslos, alles wirkt wie aus einem Guss und ist wirklich tadellos verarbeitet. Alles andere hätte mich aber auch schwer gewundert bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3499 Euro der 65-Zoll-Variante, welche ihr hier in diesem Video seht. Als Fernbedienung lächelt uns dieses Jahr die neue Magic Remote entgegen, welcher ein komplettes Redesign erfahren hat. Sie ist nunmehr wesentlich kompakter, wodurch sie besser in der Hand liegt, obwohl ich finde, dass vor allem die Lautstärkewippe nicht mehr so schön ist wie die Jahre zuvor. Da die Tasten keine Beleuchtung bieten, ist sie in der Dunkelheit schwer auszumachen bzw. zu ertasten. Dies war mit den älteren Magic Remotes wesentlich angenehmer. Als weitere Neuerung bietet die neue Magic Remote nun auch Tasten für Disney+, Rakuten-DV sowie Google Assistant und Amazon Alexa. Als zweite Neuerung ist die neue NFC-Schnittstelle zu nennen, welche nun auch eine drahtlose Verbindung mit einem Smartphone ermöglicht. Da die Wandmontage beim AG G1 ganz hoch im Kurs steht, kann er quasi wie ein Gemälde an der Wand angebracht werden. Was ich leider bei meinen Wänden nicht demonstrieren kann, ohne dass das 40-Kilo-Monster einen Abgang macht. Auf jeden Fall sind die Anschlüsse des TVs entweder nach unten oder seitlich angebracht. Auch eine wirklich schöne Kabelführung ist mit an Bord, die ein kabelfreies Anbringen begünstigt. Achtet nur darauf, wenn ihr den TV an einem Standfuß, so wie ich, betreibt, dass ihr die Kabel vorher anbringt, ansonsten habt ihr nämlich solche lustigen Probleme wie ich. Achja, den Standfuß habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Werfen wir nun einen Blick auf das neue WebOS 6.0. Es wirkt im Verhältnis zu den Vorjahresversionen wesentlich konsequenter und vor allem aufgeräumter, was mir auch schon beim AGC1 sehr gefallen hat. Obwohl manche Bezeichnungen wie der Spieleoptimierer doppelt verwendet wurden. So gibt es den Bildmodus-Spieleoptimierer und das Tool-Spieleoptimierer. Dies kann schnell zu Verwirrung führen. Zumal das Tool-Spieleoptimierer bei einem 4K 120Hz-Signal mit HDR und VR auch beim Bildmodus Standard aktiviert wird. Wiederum ist das Tool-Spieleoptimierer beim Bildmodus-Spieleoptimierer immer nutzbar, aber da auch wieder eingeschränkt. Verwirrend? Ja, da seid ihr nicht ganz alleine. Aber auf den Spieloptimierer gehe ich im späteren Teil des Videos noch wesentlich detaillierter ein. Generell gefällt mir die neue Optik von WebRose 6.0 sehr, auch wenn es erst sehr ungewohnt war. Von der Performance her ist das neue WebRose leider noch etwas langsamer geworden als zum Vorjahr. Und letztes Jahr habe ich die sinkende Performance schon etwas bemängelt. Nichtsdestotrotz ist WebRose wieder wunderbar auf die Fähigkeiten des Fernsehers angepasst und läuft echt super. Vor allem der Cursor hat ein ordentliches Speed-Update bekommen, welcher dank der neuen Magic Remote jetzt noch geschmeidiger wirkt. Für mich bleibt auch 2021 WebRose die erste Wahl, was die TV-Betriebssysteme angeht. Was einen Fernseher letztendlich ausmacht ist natürlich die Bildqualität und ich würde sagen darum kümmern wir uns jetzt. Dementsprechend schauen wir uns AGs EVO OLED Panel nun genauer an. Fakt ist, auch der G1 kann wieder beeindrucken, was die reine Brillanz der OLED-Technik angeht. Aber kann die EVO Panel-Technik mich als jahrelang OLED-TV-Nutzer nochmal überraschen, finden wir dies nun gemeinsam raus. Auch beim AG G1 ist für mich das Thema der Detaildarstellung in den dunklen Bildbereichen wieder an erster Stelle. Vielen dürfte dies auch als Black Rush bekannt sein. Auf meinem zweiten Kanal habe ich ja diesbezüglich schon einen kleinen Clip veröffentlicht, welcher meine Überraschung kundgetan hat. Der G1 hat eine referenzverdächtige Darstellung der dunklen Bildbereiche, viele kleine Details werden hier fein säuberlich abgebildet und dargestellt. Der Sony A90J arbeitet hier ebenfalls auf einem gleichen Level, wobei ich finde, dass der G1 hier noch etwas mutiger ist und somit etwas heller an den dunklen Bildbereichen arbeitet. Der G1 liegt quasi noch so eine ganz kleine Ladung oben drauf. Dabei macht es keinen großen Unterschied, ob der G1 nun ein Dolby Vision, HDR oder SDR Signal bekommt. Im Bild seht ihr übrigens ein Dolby Vision Beispiel. Das leidige Thema Black Rush hat der G1 nun endgültig aus der Welt geschafft. Exzellent! Machen wir weiter mit der Leuchtkraft bei SDR, HDR und Dolby Vision. Hier möchte ich aber insbesondere auf das Dynamic Tor Mapping und auf den Auto-Brightness-Limiter eingehen. In meinem Test hat der G1 eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 900 bis 950 Nits erreicht. Hier sind wir aber schon bei dem ersten Punkt, wo die angepriesene Evolution der maximalen Helligkeitsdarstellung des OLED-Evo-Panels nicht ganz das einhält, was versprochen wird. Ich mein, versteht mich da nicht falsch. Ähnlich wie der Sony A90J ist der AG G1 einer der hellsten OLED-Fernseher, den ich bis jetzt gesehen habe. Eine Verbesserung ist erkennbar, aber es ist eher eine leichte Brise der Evolution als ein Quantensprung. Der kleine Bruder, der AG C1, kommt mit seinen gut 800 bis 850 Nits dem G1 noch gefährlich nahe und auch der AG CX aus 2020 spielt er ebenfalls auf einem ähnlichen Niveau. Für mich ist aber klar, dass der G1, was die HDR-Spitzenhelligkeit angeht, der beste AG OLED ist, welcher bis dato erschienen ist. Wobei ich mir hier doch etwas mehr erhofft habe. Schauen wir uns nun die HDR-Darstellung als solches an und hier muss ich sagen, dass der G1 von seinem Evo-Panel schon profitiert. Die gut 150 Nits mehr machen viel aus, was die Kontrastdarstellung angeht. HDR-Inhalte kommen somit wesentlich plastischer, glaubwürdiger und auch heller rüber als beim AG C1. Auch was die Farbdarstellung im HDR-Betrieb angeht, arbeitet der G1 wesentlich filigraner und intensiver. Farben wirken dank der höheren OLED-Lichtausbeute noch knackiger und runder. Ebenfalls auffällig ist, dass der G1 etwas empfindlicher bei den Kontrastabstufungen ist. Macht das Bildeinstellen zwar etwas anstrengender, aber ergibt am Ende ein detaillierteres Bild. Um nochmal die gute Detaildarstellung in den dunklen Bildbereichen hervorzuheben. Ein klarer Pluspunkt für den AG G1. Werfen wir nun einen Blick auf das Dynamic Tone Mapping oder besser bekannt als AGs Active HDR. Hier hat mich sehr interessiert, wie sich das Dynamic Tone Mapping bei HDR-Inhalten verhält, welche über der maximalen Helligkeit des OLED-Panels agieren. Da hat mein Test ergeben, dass der G1 bei Materialien, welche eine HDR-Spitzenhelligkeit von mehr als 1500 Nits bieten, dazu neigt, den Kontrast ausbrennen zu lassen und somit das Bild überstrapaziert. Hier kann entweder nur ein Limiter seitens der Quelle helfen oder das Deaktivieren des Dynamic Tone Mappings. Effektiv ist dies aber nicht negativ. Auch ist mir aufgefallen, dass der G1 ebenfalls zu den HDR-Color-Bending neigt, wie der C1, wobei er hier etwas besser ist und die Einstellung glatt der Abstufung wirklich etwas bringt. Beim C1 war es ja vollkommen egal, ob diese Funktion auf niedrig, mittel oder hoch steht. Bevor ihr jetzt denkt, ja geil, super, dass der G1 da besser ist, muss ich eure Euphrie etwas bremsen. An Sonys A90J kommt der AG G1 zu keiner Sekunde ran, vor allem stört sich das Dynamic Tone Mapping mit den glatten Abstufungen. Ja, ihr habt richtig gehört. So können, wenn die glatten Abstufungen auf hoch gesetzt werden und das HDR-Tone Mapping aktiviert ist, quasi die HDR-Lichthöfe ausbrennen und ganz hässliche Ausbrenneffekte produzieren. Mit gezielten Bildeinstellungen kann dies zwar etwas ausgebügelt werden, obwohl ich hier sagen muss, dass man effektiv nur zwischen dem unschönen HDR-Bending oder eben diesen hässlichen Ausbrenneffekten wählen kann. Achja, Dolby Vision Inhalte weisen ebenfalls ein leichtes Bending auf, aber nicht so gravierend wie HDR-Inhalte. Bei SDR-Inhalten schafft der G1 ebenfalls eine sehr gute Figur, was die reine Leuchtkraft angeht und zeigt auch hier, dass er mehr Dampf unter der Haube hat und zieht somit einem Sony A90J vorbei. Besonders bei der Farbdarstellung ist dies ersichtlich, so sind zum Beispiel Hauttöne wesentlich feinstufiger und somit glaubwürdiger. Auch besonders interessant ist der Auto-Brightness-Limiter. Was ist damit gemeint? Der Auto-Brightness-Limiter ist eine Methode, um ab einer gewissen Grenze die Spitzenhelligkeit des gesamten Panels herabzusetzen. Dies wird meist dann durchgeführt, um den maximalen Stromverbrauch, den sich der TV genehmigen darf, einzugrenzen. In meinem Test hat der G1 die Spitzenhelligkeit ab einer Weißfläche von gut 50% um gut 40% reduziert. Dies ist leider nicht so der Hit, aber etwa auf dem Level des AGC1 und weit besser als der A90J. Zwar reagiert der Limiter nicht mehr so träge wie früher, was das Plötzliche war und ihn zwar verhindert, dennoch ist es unschön, dass der G1 bereits ab 50% Helligkeitsanteil die Leuchtstärke um 40% reduziert und dies bei HDR. Achja, im Laufe der nächsten Wochen werde ich ein Video veröffentlichen, worin ich euch meine Bildeinstellungen zeigen werde. Wenn ihr dies nicht verpassen wollt, dann vergesst das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht. Sollte das Video bereits verfügbar sein, habe ich es euch oben in der Infobox verlinkt. Da OLED-Panel dank ihrer selbst leuchtenden Pixel einen unendlichen Kontrast bieten, ist natürlich auch bei dem G1 klar, dass die Kontrastdarstellung zwischen hell und dunkel auf dem Punkt ist. Dank des etwas leuchtstärkeren und farbintensiveren EVO-Panels wird dieser Effekt nochmal unterstrichen. Zum Thema Farbdarstellung möchte ich allübergreifend doch etwas loswerden. Hier muss ich sagen, dass ich schon generell sehr angetan war von der Farbbrianz der vorherigen LG OLED-TVs und der Sony A90J hat dies ja noch mehr verdeutlicht und besser gemacht als der LG CX oder C1. Beim G1 setzt sich dies fort, vor allem bei Hauttönen haben die LG OLEDs bei mir immer und immer wieder ein Stein im Brett. Natürlicher geht es kaum noch. Beim Thema Bewegungsschärfe muss ich sagen, dass der G1 jetzt nicht den großen Sprung zum C1 darstellt. Was keinesfalls negativ ist, da der C1 bereits eine exzellente Bewegungsschärfe aufweist und somit möchte ich dies dem G1 natürlich auch bescheinigen. Das Thema Gaming steht bei den LG OLED-TVs seit dem C9 aus 2019 hoch im Kurs, umso erschütternder war im Jahr 2020 die Diagnose, dass die Geräte ein Problem mit HDMI 2.1 in Kombination mit einem 4K 120Hz HDR-Signal, welches eine VRR verwendet haben. Ab einer Bildwiederholungsfrequenz mittels VR von 110 bis 120Hz begannen alle OLED-TVs eine falsche Gamma-Darstellung zu präsentieren. Insbesondere Besitzer einer Xbox Series X dürften dieses Problem mit den alten LG OLEDs bekannt sein. Im April 2021 hat LG dann für die 2020er OLED-Geräte ein Firmware-Update veröffentlicht, welches das Problem eindämmen soll und hat somit die Funktion Fine-Tuned Dark Areas eingeführt. Auch der LG G1 hat die gleiche VRR-Problematik und hier kommt der Spieleoptimierer an Spiel, welcher viele Optionen bietet, um die fehlerhafte Gamma-Darstellung bei einem 120Hz HDR-Signal mit VRR auszubügeln. Den Spieleoptimierer findet ihr in den Einstellungen unter Allgemein. Der Spieleoptimierer bietet hier auch die Option Feineinstellungen der dunklen Bereiche, sprich das Fine-Tuned Dark Areas. Dabei hinaus ist es hier auch möglich, was die 2020er LG OLEDs nicht können, die Grunddarstellungen von schwarzen und weißen Bildelementen separat zu konfigurieren. Eine knifflige Sache, da dies in Konflikt mit den Helligkeitseinstellungen und den Kontrasteinstellungen kommt und mich einige Stunden gekostet hat. Ich werde euch in dem kommenden Bildeinstellungsvideo meine Konfiguration des Spieleoptimierers haargenau erläutern, dies würde den Rahmen dieses Videos hier sprengen, das versichere ich euch. Auf jeden Fall ist der Spieleoptimierer eine hervorragende Ergänzung und für alle Gaming-Fans ist der Grund zum 2021er-Ole zu greifen, unabhängig ob nun C1 oder G1. Ich denke, die Aussage impliziert schon, dass auch der G1 eine wirklich herausragende Gaming-Performance abliefert. Vor allem das Gaming in Dolby Vision mit 120Hz ist einfach nur eine Wucht und atemberaubend. Sämtliche Vorteile der besseren HDR-Darstellung des EVO-Panels werden auch beim Gaming ersichtlich. Die Spiele wirken nochmal eine kleine Spur plastischer und somit realistischer. Wenn ihr den Bildmodus Spieloptimierer verwendet, dann kommt ihr nochmal zusätzlich in den Genuss einer wirklich schon Gaming-Monitor-ähnlichen Eingabeverzögerung. Aber auch dieses Jahr möchte ich meine obligatorische Warnung aussprechen, dass auch 2021er OLED-Fernseher nicht burn-in-resistent sind und statische Bildinhalte wie Lebensanzeigen das OLED-Panel schaden können. Ich habe euch mal oben in der Infobox ein Video verlinkt, wo ich dieses Thema noch etwas weiter vertieft habe. Werfen wir nun einen Blick auf den Upscaler und hier habe ich ja bei dem C1 schon in den höchsten Tönen geschwärmt und dies setze ich nun auch bei dem G1 fort. Wobei dieser dank seiner etwas präziseren Farbdarstellung bei hochskalierten HD-Inhalten noch etwas mehr herausholen kann und somit nicht nur die Detaildarstellung auf ein neues Level hebt, sondern auch die Farbdarstellung. Ich konnte bei einem Sitzabstand von gut 2,5 Metern nicht mehr erkennen, ob es nun ein 4K-Bild ist oder nicht. Gut, dazu muss natürlich das Ausgangsmaterial eine gewisse Grundqualität bieten. Aber es ist dennoch eher Silber statt Gold. Der Sony A90J könnte in meinem Test hier nochmal etwas mehr herausholen, auch wenn es kaum zu glauben ist. Genaueres erfahrt ihr in dem entsprechenden Review-Video hier auf meinem Kanal. Auf Seiten einer SD-Wiedergabe, sprich über eine DVD, ist ebenfalls eine ersichtliche Verbesserung zu erkennen. Natürlich ist dem Quellmaterial anzumerken, dass da nicht viele Pixel vorhanden sind, aber auch hier macht der G1 eine erstaunlich gute Figur. Die Farben bluten nicht aus, auch eine kleine Detailzunahme ist zu erkennen. Aber hier muss ich sagen, dass der G1 jetzt nicht den Wurf gegenüber dem C1 bringt und effektiv auf dem gleichen Niveau arbeitet. Weiter geht es mit dem Thema Zwischenbildberechnung. Kurz, was ist eine Zwischenbildberechnung oder auch bekannt als Black Frame Insertion oder AG's True Motion eigentlich? Wobei Black Frame Insertion nur ein Teil dessen ist. Herkömmliches Filmmaterial kommt meist mit 24 Bildern pro Sekunde daher, manchmal auch mit 48. Das Penne des TVs schafft aber weitaus mehr Bilder pro Sekunde darzustellen. Mit der Zwischenbildberechnung werden mit Hilfe von Schwarzbildern die fehlenden Bilder von z.B. 24 auf 60 ergänzt. Diese Schwarzbilder sind für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar, sorgen aber dafür, dass das Bild an sich sehr ruhig und flüssig daherkommt. Der G1 kann das Bild auf bis zu 100 Hz hochrechnen. Die Zwischenbildberechnung des AG G1 ist auch wie bei dem C1 eher Durchschnittskost. Bei einem Quellmaterial von 24 Bildern pro Sekunde, was einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, zerreißt der G1 das Bild ebenfalls nach Strich und Farben. Was auf meinen Testbildern brutal aussieht, ist bei einem echten Film natürlich situationsabhängig. Aufgrund der neuen Urheberrechtslage kann ich euch dazu leider kein Bildmaterial liefern. Auch 2021 hat es AG nicht geschafft, die Zwischenbildberechnung in den Griff zu bekommen, mehr als traurig und trübt den Premium-Eindruck des AG G1 schon ein wenig. Machen wir weiter mit einem Punkt, welcher bei OLED-TVs ebenso brisant ist wie ärgerlich. Die Rede ist von vertikalem Bending. Etwas, was die 2020er OLEDs brutal getroffen hat. Vertikales Bending sind unschöne Linien, welche vor allem in helldunklen Bereichen gerne auftreten. Nachdem mein C1-Testgerät hier ein erstklassiges Ergebnis abgeliefert hat, sowie auch der Sony A90J, war ich schon gespannt, was mein G1 nun dazu sagt. Hier muss ich sagen, dass mein G1 jetzt nicht das perfekte Ergebnis abgeliefert hat, aber dennoch in einem verschmerzbaren Toleranzbereich und nur auf Testbildern erkennbar. Bei einer Graustufe von bis zu 12,5% sind ganz leichte vertikale Linien zu erkennen, die aber nur bei einem zweiten Blick wirklich ins Auge fallen. Dies zeigt deutlich, dass vertikales Bending auch 2021 weiter auftritt, aber weitem nicht mehr so stark wie noch 2020. Natürlich kann es immer mal G1-Geräte geben, die brutales vertikales Bending aufweisen, aber ich denke, nachdem der C1 als auch der A90J ebenfalls ein gutes Ergebnis abgeliefert haben, dass die Problematik zumindest in Angriff genommen wird. Nun möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Pixelrefresher verlieren. Dessen Funktion ist eigentlich vollkommen automatisch. Es gibt dennoch eine Option, welche eine manuelle Durchführung des Algorithmus erlaubt. Nur muss das regelmäßig gemacht werden? Ganz klar, nein. Auf keinen Fall. Nach einer Nutzungszeit von gut 4 Stunden startet der Fernseher im Standby einen automatischen Pixelrefresher. Ich nenne diesen gerne den kleinen Refresher. Der manuelle Refresher oder auch der große Refresher dient nur dazu, wenn ihr wirklich mal das Problem habt, dass sich eine kleine Schattenbildung ergeben hat und ihr versuchen wollt, diese wieder auszubügeln. Der große Refresher ist recht radikal und bei zu häufiger Verwendung kann es ebenfalls zu Schäden am Panel kommen oder die Leuchtkraft des TVs nimmt rapide ab. Also bitte verwendet den manuellen Refresher nur im Notfall, den Rest macht der TV nämlich ganz von alleine. OLED-Fernseher sind und bleiben Fernseher für das große Entertainment. Damit meine ich, dass sie effektiv nichts für das klassische Nachmittagsfernsehen sind oder auch nichts für das deutsche Free-TV. Großes Entertainment ist für mich 4K-Streams auf den einschlägigen Streaming-Plattformen, die Wiedergabe von Blu-Rays oder Ultra-HD-Blu-Rays sowie das Gaming mit top aktuellen Gaming-PCs oder einer Xbox Series X bzw. PlayStation 5. Dementsprechend ist die Audioqualität der internen Lautsprecher auch unter Berücksichtigung, dieser Kriterien durch meinen Testablauf gelaufen. Als Referenz nehme ich darum einen alten AG C8, welcher echt eine beeindruckende Audioqualität über die internen Lautsprecher bot. Dies realisierte er durch einen besonders geformten Standfuß. Da der G1s keinen Standfuß bietet, kann natürlich der Sound dadurch auch nicht beeinflusst werden. Und somit setzt AG nun vermehrt auf die eigene AI-Soundtechnik, welche dann der Bringer für den Sound sein soll. Im Verhältnis zum CX aus dem Jahr 2020 klingt der G1s auf jeden Fall dank dieser AI-Technik wesentlich kräftiger und lebendiger. Dennoch ist er weit davon entfernt, wirkliches Entertainment zu liefern oder an den AG C8 heranzukommen. Auch dieses Jahr heißt es von meiner Seite aus, jede günstige Soundbar ist besser als der Sound des AG G1. Ist der AG G1 nun die erhoffte Evolution oder gar eine Revolution der OLED-Technik? Die Antwort lautet Evolution, joa, Revolution, ne eher nicht. Der herausragende Evolution ist es aber auch nicht geworden, wobei der G1 an sich in vielen Punkten vieles besser macht als der C1. Vor allem was die HDR-Darstellung und die Farbdarstellung angeht, da ist der G1 klar performanter. Schade finde ich nur, dass auch der G1 von diesem unschönen HDR-Banding geplagt ist und dies nun auch im Konflikt mit dem Dynamic Tone Mapping steht. Ebenfalls traurig finde ich weiterhin die gruselige Performance der Zwischenbildberechnung, welche bei einem Gerät in dieser Preisklasse einfach deplatziert ist und die Konkurrenz durchaus besser macht. Mit dem G1 hat AG dieses Jahr einen neuen Spitzen-OLED-Fernseher auf den Markt gebracht, welcher erneut beeindruckend präsentiert, was die OLED-Technik alles zu bieten hat. AG hat an den wesentlichen Stellen den Stift angesetzt und ausgebessert, auch wenn manche Krankheiten weiter bestehen bleiben. Das neue WebOS hat den Sprung ins Jahr 2021 gut geschafft und erstrahlt in einem aufgeräumten Design. Fakt ist, alle die aktuell vor der Entscheidung stehen, den AG C1 oder G1 zu kaufen, dass der G1 den Aufpreis definitiv wert ist. Vor allem was die Film-Performance angeht. Da ist der G1 mit seiner wesentlich besseren Detaildarstellung in den dunklen Bildbereichen klar vorzuziehen. Wenn zusätzlich noch der Sony A90J in den Topf geworfen wird und das Thema Gaming komplett außen vor gelassen wird, dann solltet ihr dem Sony den Vortritt lassen, denn dieser ist, was die reine Film-Performance angeht, nochmal ein Stück besser als der AG G1. Kaum zu glauben, aber Realität. Aber wie gesagt, nur wenn ihr absolut kein Interesse daran habt, eine Xbox Series X oder Playstation 5 am G1 zu betreiben. Andernfalls ist der G1 ohne Umschweife der klare Favorit. Allein wegen dem Spieleoptimierer schon. Ich habe euch den AG G1 unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum AG G1 TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt diese in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Denn so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Ohle Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut! Danke! 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 Danke!